Licht ist eines der großen Wunder des Universums und für uns Menschen und unsere Arbeit von extremer Bedeutung. Licht schafft Wohlbefinden und steigert damit die Leistungsfähigkeit der Menschen. Für Industrie und Gewerbe bedeutet dies erhöhte Produktqualität und Arbeitssicherheit. Es gibt aber hunderte von Leuchtenherstellern und tausende von Produkten. Hinzu kommen ganz unterschiedliche Anforderungen der Industrie- und Gewerbeunternehmen an ihre jeweilige Beleuchtung. So sind unter anderem Brennendauer, Verschmutzung, Hitze und spezielle Anforderungen etwa bei der Lebensmittelverarbeitung oder Lackherstellung zu berücksichtigen. BrainLux versetzt Unternehmen in die Lage, in dem komplexen internationalen Markt die bestmögliche Beleuchtung für ihre jeweiligen Anforderungen zu finden. Grundlage bilden eine über Jahre gewachsene Datenbank sowie objektive und transparente Vergleichsberechnungen anhand vielfältiger technischer und betriebswirtschaftlicher Parameter. Die Rainer Stahlbau GmbH bietet schlüsselfertige Stahlbaulösungen und ist europaweit tätig. Das betriebswirtschaftliche Ergebnis der neuen Beleuchtung ist überzeugend. Die Betriebskosten konnten um 65% gesenkt werden, bei gleichzeitiger Lichtverbesserung um 40%. Das ROI betrug 1,6 Jahre und die Rendite 41%. Wir standen kurz vor dem Kauf einer anderen Lösung. Vergleichsberechnungen von BrainLux zeigten jedoch, dass sich die jetzige solide Lösung deutlich besser rechnet. Die Isola GmbH ist ein führendes Unternehmen in der Herstellung von Basismaterial für Leiterplatten. Auch hier sind die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse der neuen Beleuchtung überzeugend. Die Betriebskosten konnten um 62% gesenkt werden, bei gleichzeitiger Lichtverbesserung um 30%. Das ROI betrug 2,4 Jahre und die Rendite 23%. Moderne Lichtmanagementsysteme ermöglichen eine hohe zusätzliche Energieeinsparung und Flexibilität bei der Ausleuchtung. Außerdem können sie weitere Funktionen des elektronischen Gebäudemanagements übernehmen. Wir haben in allen Abteilungen die Beleuchtung nachgerüstet. Hierzu brauchten wir vielfältige Lösungen für den Außenbereich, für die Produktion als auch die Büros. BrainLux konnte uns mit seinem passgenauen Konzept verschiedener Hersteller völlig überzeugen. Ein Industrieunternehmen hat für ein von BrainLux realisiertes, hochinnovatives Beleuchtungssystem den Energieinnovationspreis NRW erhalten. Wir machen Beleuchtungsprodukte für Unternehmen vergleichbar und finden anhand Ihrer Anforderungen, die nachweislich beste Lösung für Sie. Das Ergebnis der Vergleichsarbeit erhält das Unternehmen in Form einer Präsentation, die eine verlässliche Entscheidungsgrundlage bildet. Am Ende steht auf Wunsch eine schlüsselfertige Lösung. Viele namhafte Referenzen bestätigen die erfolgreiche Arbeit von BrainLux. Gerne berät BrainLux auch Ihr Unternehmen. BrainLux Gelen grewen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns gli, Leute, die petrolügeictive kontrolliert. Untertitelung des ZDF, 2020